Wir wissen nicht, dass das S-Wort viel schlimmer ist als das N-Wort und ich möchte damit provozieren. Es wird sehr schwierig sein für uns, diesen Buch zu vermarkten. Man muss nicht immer Sachen machen, um Geld zu fertigen. Man muss manchmal Sachen machen, um Dinge zu ändern. Der Titel, Lieber Neger als Schwarzer, ist zwar sehr provokant und ich möchte damit provozieren, weil das N-Wort wird verboten, aber das S-Wort sollte auch. Viele Leute nennen das N-Wort und wissen nicht, dass das S-Wort viel schlimmer ist als das N-Wort. Und deswegen habe ich so einen Titel ausgewählt, um absichtlich zu provozieren. Aber die Provokation soll dazu führen, dass die Leute nachdenken, dass die Leute die Frage stellen. Wir haben uns mit vielen bestimmten Definitionen und Bezeichnungen angefreundet. Andere Bezeichnungen haben wir abgelehnt, wie es uns passt, wie es den Menschen passt. Aber ob diese wirklich den Menschen helfen, bezweifle ich, nachdem ich über diesen Namen, beide Namen, geforscht habe. Ob dieser Titel uns helfen wird und mir helfen wird, das Buch besser zu verkaufen? Ich weiß es nicht. Es wird für uns schon, für unseren Verlag, für meine Arbeit, es wird sehr schwierig sein für uns, diesen Buch zu vermarkten. Den Namen Neger will niemand hören. Alle Medien, alle Social Medien, YouTube, Facebook, Instagram, ich gehe davon aus, nur durch diesen Namen werden sie unsere Beiträge und unsere Werbung stoppen. Ich weiß es nicht. Auch viele Menschen werden sehr negativ reagieren. Nicht nur Schwarz oder Weiß, ich glaube, viele Menschen werden negativ reagieren. Und erst mal, ohne den Inhalt zu wissen, werden sie einfach eine Ablehnung, eine Ablehnung der Mentalität entwickeln. Und das wird dazu führen, dass wir es schwer haben, diesen Buch zu vermarkten. Aber man muss nicht immer Sachen machen, um Geld zu verdienen. Man muss immer manchmal Sachen machen, um Dinge zu ändern. Und jeder, der mich kennt und kennt meine Bücher und meine Vorträge und so, weiß, dass ich ein unkonventioneller Schriftsteller bin. Ich mag Sachen nicht immer, um Geld zu verdienen. Ich mag Sachen oft, um Dinge zu verändern. Und das ist auch in meinem Coaching, in meinem Wissenlehre. Ich möchte Dinge verändern. Ich möchte nicht, dass Dinge so bleiben, wie sie immer waren. Und alle Bereiche. Und mit diesem Buch versuche ich, das zu erreichen. Ob wir besser, ob dieser Buch besser verkauft wird durch diesen Namen, weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, dieser Name wird auf jeden Fall Emotion hervorrufen. Und das ist das, was ich will. 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 Untertitelung des ZDF, 2020